Funktionalität und Design in Perfektion vereint diese Dual-Docking-Station. Sie lädt jede Kombination aus iPod und iPhone so schnell wie nur möglich und das gleichzeitig. Möglich machen das unterschiedliche Halteschalen. Sie fixieren jeden Ihrer mobilen Begleiter mit dem Apfel super sicher in der ultraflachen Ladestation. Aber auch ohne Halteschale setzt das Ladedock iPod und iPhone wunderbar in Szene. Einfach aufstecken und schon können Sie zwei Geräte zur gleichen Zeit laden. Die praktische LED-Anzeige gibt dabei Auskunft über den Ladestand. Auf der linken Seite können Sie das aufgesteckte Gerät nicht nur laden, sondern gleichzeitig per USB synchronisieren. Der Strom für das flache Dual-Ladedock kommt ganz normal aus der Steckdose. Dank verschiedener Netzstecker ist es deshalb auch ein idealer Urlaubsbegleiter. Spart viel Zeit und sieht klasse aus. Ein echter Gewinn für alle Besitzer von iPod und iPhone. Greifen Sie jetzt zu.